hallo und herzlich willkommen liebe leute vor der berger in neuigkeiten ich habe mitten in der nacht kommende e-mail von epic game bekommt das heute abgekommen und das natürlich wieder paar neuigkeiten gibt aber mitten in der nacht um vier da habe ich gepennt liebe folge und hätte ich das video kommt eher aufgenommen was alles neues gibt und deshalb mache ich das video jetzt liebe freunde und informiere euch mal was alles gut neues in fortnite berger gibt liebe folge so wie haben wir ein google liegt das natürlich wieder vor wie immer ihr kennt das google liegt das immer vor über folge und ja und ich wollte mal gang google liegt mal noch nicht kann mal vor loch geht hallo klaus hier haben wir für dich mehrere informationen zu v 14.30 und zu allen was dich ab dem 13 oktober in fortnite erwartet mach dich bereit denn fortnite albträume steht direkt vor der tür ok leute fortnite albträume geht direkt vor der tür es geht noch weiter wieder vorhin aber bei albträume bis zum ende es geht noch weiter es gibt jede menge neuigkeiten app gegeben hat mir wieder die e-mail schickt entschuldigt leute ich muss mal kurz nahe gebrochen meine nahe läuft gerade entschuldigung und ich wollen mal gern gehen wir auch weiter geht weiter geht mit den neuigkeiten heute genau hin auf die plätze fertig los rally royale ist ein neuer und rasanter ltm bei dem du schnell sein und clever vorgehen musst um dir den sieg zu sichern sammle genügend goldene tickets um die ziellinie frei zu schalten und begib dich dann schnell dorthin oder frisst den staub deiner gegner die rally royale wird gegen ende der woche verfügbar sein setz dich hinter das steuer und lass uns wissen was du davon hältst ok veligo ja also wir bekommen ein veli morguch also veligo ja im morguch veli denke ich mal weil hier erwacht dass ich velig und alkohol velig und alkohol und veli morguch bekommen wer wir kommen veligo ja im morguch ist ein fehliges wort aber naja so weiter geht es gibt noch mehr neuigkeiten es war noch lange nicht alles liebe folgen weiter geht nicht neuigkeiten leute weiter geht es mal will noch kaut super series trommelt ein team zusammen und stelle deine superkräfte in diesen marvel knockout turnieren unter beweis am mittwoch dem 14 oktober wird mit dem ersten turnier der mann ohne furcht gefeiert der der will der preis zugang zum brandneuen outfit der der will noch bevor es im item shop verfolgt marvel knockouts marvel knockout super series trommelt ein team zusammen und stelle deine superkräfte in diesen marvel knockout turnieren unter beweis am mittwoch dem 14 oktober wird mit dem ersten turnier der mann ohne furcht gefeiert der der will der preis zugang zum brandneuen outfit der der will noch bevor es im item shop verfügbar wird und dies ist erst das erste von insgesamt vier turnieren spieler die an allen vier turnieren teilnehmen erhalten einen exklusiven nexus war hänge gleiter so habt ihr gehört es gibt einen hängegleiter den mann erhalten kann bei den turnier kann dann einen hängegleiter erhalten und bei den turnier kann dann den mann ohne will erhalten das ist ein charakter den mann erhalten kann aber der hängegleiter und der mann ohne will der wird natürlich auch im shop kommen dass ihr beschreibt wird also ihr braucht euch keinen kopf machen wenn ihr jetzt gar anguckt ich habe keinen bock auf den turnier und sagt ich habe null bock auf den turnier hab keinen bock auf irgendeinen turnier kopieren dann könnt ihr euch den kopf dann natürlich auch im shop kaufen der wird in der zukunft noch im shop kommen und natürlich der hängegleiter wird auch im shop kommen dass ihr beschreibt wird wie cool er ist kann ich euch leider noch nicht sagen das weiß ich nicht keine ahnung auf alle fälle wollte der charakter ins shop kommen der mann ohne will und natürlich wollte der hängegleiter auch ins shop kommen aber auch mal kann mann gegen mann nur beim turnier falsch halten und gegen hängegleiter auch aber er wollte noch ins shop kommen das hat der epic game auch angekündigt habe ja eben beholt also von daher leute kommt der charakter in neuen shop also braucht ihr euch keinen kopf machen so ich wollen wir haben weiter geht es gibt noch mehr neuigkeiten wir gehen noch nicht durch liebe Freunde gleich sind wir durch und dann haben wir also wir haben alle neuigkeiten leute ein bisschen wieder gezeigt was alles neu ist im fordner bei der beute auswahl die bedrohung durch galactus hat auch einfluss auf die beute alle kampfschrotflinten sind nun auf jede entfernung noch effektiver teile dein feedback mit uns und halte die augen nach neuen superkräften offen die zweite woche der fncs beginnt an diesem wochenende los geht's das fortnite team ok leute jo wir wissen jetzt viele neue infos leute ihr wisst neue infos ich meine neue infos wir wissen jetzt alle neue infos und wenn dir das gefallen sollte wenn du jetzt neu auf dem kanal bist und dachte mir gefällt das ich will immer wissen was im fordner belge real go abgeht ich möchte das immer wissen was im fordner belge real abgeht denn bist du auf meinem kanal natürlich auch richtig wenn du mehr infos über recke die welt auch immer erfahren wirst denn bist du auf meinen kanal natürlich auch richtig weil ich mache jede woche fortnite recke die welt shop video da informiere ich euch immer was im fordner recke die welt go abgeht ich informiere euch aber natürlich auch wenn ihr im fordner belge real abgeht kommt gobi holke holkamen abgeht im fordner belge real und ich informiere euch natürlich auch was was neues gibt bei epic games schickt mir immer eine e-mail informiert mich immer und ich habe gedacht ich teile meine infos einfach mal mit euch immer dass ihr auch beteiligt wirst Leute ich will dass ihr auch beteiligt wirst was im fordner belge real wo neues gibt wenn euch dieses video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da reizt ihr neu auf den kanal lasst ein abo da und teilt die video mit alle euren fordner belge real folgen dass ihr immer die neuen infos bist was im fordner belge real go abgeht was go neues gibt und bis zum nächsten mal ganz geforscht zuschauen